Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stray Souls 2 Gestohlene Erinnerungen. Jetzt möchten wir gerne ein Theaterstück besuchen und damit... Zack! Dankeschön, Dankeschön. So, dann wollen wir doch mal rein. Komm, ich finde ihre Tochter. Aber es ist zu schwer. Die Mädchen, so ist nicht. Meine Tochter allein, du Monster! Kranke Scheiße. Es sieht so aus, als würde der Besitzer des Theaters kaputte Marionetten einfach in diese Grube werfen. Lass uns hier verschwinden. Ganz deiner Meinung, Rose. So, was haben wir denn hier? Das nehmen wir mal mit. Das ist eine seltsame Zeichnung. Ich sollte mir die Anordnung der Medaillen merken. Das ist altmodisches Papier. So etwas ist heutzutage schwer zu finden. Wie alt ist dieses Pakat wohl? Älter als du. Und das war ein Kompliment. Oh, ein Expertenobjekt gefunden. Älter als Siegeln. Aha. Dankeschön. Es könnte etwas Nützliches hinter diesem Ziegel sein. Warum wird das jetzt erst eingeblendet? Diese kaputten Puppen jagen mir eine Gänsehaut über den Rücken. Einige von ihnen sehen sogar so aus, als würden sie sich bewegen. Ich hoffe, das ist nur der Wind. Ja, das hoffe ich auch. Aha. Ich könnte dieses Vorhänge-Schloss mit etwas Schwerem zerschlagen. Wir haben einen Ziegelstein. Ja, los. Gibt es diesem Schloss. So. Sicherlich gibt es einen Ventilgriff in der Nähe. Haben wir. Und zacki zack. Ach, alter, was ist das denn? Das ist ja total krank. Ernsthaft. Wer ist da? Mein Name ist Rose. Der Clown hat meine Tochter entführt und hat sie ins Puppentheater mitgenommen. Bitte hilf mir, hier wegzukommen. Aber ganz schnell. Bitte. Ein Clown? Bitte nicht über ihn. Er schraubt mich. Siehst du, was er mit den Leuten hier gemacht hat? Ich habe ihn in der Puppenwerkstatt für 20 Jahre geholfen. Ein Clown? Bitte sprich nicht über ihn. Er macht mir Angst. Hast du gesehen, was er mit den Leuten hier gemacht hat? Ich verstecke mich seit 20 Jahren vor ihm in der Puppenwerkstatt. Oh, okay. Mhm. 20 Jahre, liebe Leute. Rose, wenn du deine Tochter retten möchtest, musst du nach oben gehen. Rose, wenn du deine Tochter retten willst, musst du nach oben gehen. Obwohl der Clown viel Macht besitzt, kann er trotzdem besiegt werden. Sei aber vorsichtig. Ich habe gehört, es war noch eine andere Puppe in dem Flugzeug. Sie ist seit langer Zeit verschwunden. Ich hoffe, sie kann den Clown besiegen. Oh, das ist doch bestimmt unsere Puppe. Könntest du mir ein Gefallen tun? Alles, was ich hier mache, ist Puppenkleider zu nähen. Naja, wenn man sich hier auch 20 Jahre lang versteckt. Ich frage mich, wie sie das mit der Nahrung gemacht hat. Leider ist meine Brille zerbrochen. Ich würde es dir hoch anrechnen, wenn du mir eine neue findest. Okay, wir suchen mal für dich. Hier hat das Theater seine Puppen hergestellt. Yeah! Aha! Der Schlüssel ist ganz in der Nähe. Er muss ganz in der Nähe sein. Das weiß sie auch ganz genau. Nichts Nützliches? Die unteren Zähne fehlen. Haben wir schon... Nee, wir haben eine Wolkenfigur. Ja, das Theater... Ja, ja, das wissen wir jetzt schon. Die Hände haben aufgehört. Ich frage mich, wie viele Stunden der Puppenspieler in diesem Shop verbracht hat. Der Vogel sollte eine Kanonenkugel umklammern. Ach so! Oh, Moment mal. Wir haben doch schon das hier. Äh, nee, mit der Wolke... Was soll hier denn rein? Ich muss das Tor finden. Mhm. Hier. Ich brauche das Rad. Mhm, mhm, mhm. Oh, oh, oh. Die Medaille des hölzernen Soldaten fehlen. Ach, okay. Äh, äh, ja. Oh. Vertausche die Kasche... Äh, Kasche in. Um das Bild zusammenzusetzen. Was soll denn das für ein Bild sein? Okay, das ist schon mal... Ähm... Nee, nee, nee. Oder? Nee, nee, das passt definitiv nicht. Hupsi. Aber das hier passt. Das passt, das passt. Das passt. Wo musst du hier hin? Nee, das passt auch nicht. Das passt. Wo kommst du denn dann hin? Ah, okay, okay. Mann. Das war jetzt schwerstarbeit hier. So, da konnte ich noch nicht mehr mehr reden. Oh. Ein weiteres Rätsel, Rose. Ich sollte ein Feuer anmachen, um das Zimmer des Mannes etwas aufzuwärmen. Mhm. Ah, ja, okay. Hier. Bitte schön. Oh. Oh. Moment. Sie gießt einen leeren Topf. Vielleicht sollte ich etwas in den Topf lassen. Da. Oh. Oh. Okay. Der Junge hat Angst. Ich sollte ihn aufhaltern. Mit einer Katze? Nicht mit einer Katze. Eine Rose würde in dieser Vase schön aussehen. Ah, okay. Ach so, ich muss jetzt einfach hier nur... So. Oh nein, wie knuffig. Kanonenkugel. Super. So. Was haben wir denn hier noch? Ein Messer? Ah, ja. Oh, hier ist die Brille. Ich finde eine neue Brille für dich. Okay, wir finden eine neue Brille. Denn wir müssen ja auch nur unsere Tochter retten. All right. Alles klar. So. Der Feuerlöscher ist leer. Ach, der Schlüssel. Okay, dann gehen wir nochmal zurück. Und gehen hier dran. So. Zack, zack, zack. Aha, niemand wird jemals wieder damit spielen. Woher willst du denn das wissen? Nimmst du doch einfach mit. Oh, warst du das schon? Diamant und Eismaske. Na ja. Dann gucken wir da mal. Ach so, es rührt sich nicht. Ich brauche einen Code, um den Aufzug in die nächste Etage zu nehmen. Der Besitzer des Theaters muss versucht haben, das, was dort oben ist, geheim zu halten. Okay, wir hatten aber noch keinen Code, ne? Ach so, okay, ich wollte gerade sagen, was ist das denn hier? Äh, okay, das scheint aber auch nicht zu sein. Das haben wir. Ne, 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 das war's hier, definitiv. Hallo. Kannst du noch was sagen? Oh, da bist du nur. Äh, das bist nur du. Ich kann ohne Brille nichts sehen. Ja, hier. Ich brauche irgendwie mal ein Stück Glas. Glassy, ich brauche Glas. Glas. Hallo, gibt's dir mehr Glas? Hm. Nee. Nee, nee, nee. Es sind nur drei Bilder hier und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja. Kann ich hier noch irgendwas... Ach, warum würde jemand eine UV-Lampe zerbrechen? Hat derjenige versucht, etwas zu verbergen? Hm, was wurde denn hier? gemacht, ihr kleinen Schweinchen. Äh, ja, hier, nimm Diamanten, nimm die Wolkenfigur. Ich weiß nicht, Wolkenfigur, Katzenfigur. Aber wir haben doch noch überhaupt nichts, wo wir die Sachen einfügen könnten. Nee, hier ist definitiv nichts. Ach, was, was? Ach komm, wir machen mal einen Tipp. Ja, super Tipp. Ja, immer noch super Tipp. Sicher ist das der erste Hiffekit, voll mit abgelaufenen Medikamenten. Ja, dann mach's mal auf. Hier. Da. Ich habe immer Angst, mit einem Aufzug in die Tiefe zu fallen. Ich hoffe, dass die Kabel, die diesen halten, stark genug sind. Ach. Aha, ich sollte das Glas sorgfältig entfernen. Dafür haben wir doch einen Diamanten. Äh, 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 äh. So, genau. Dankeschön. Packen wir hier rein. Ich muss mir diese Zahlen merken. 1, 9, 8, 3. Ist kein Problem. Also. 1, 9, 8, 3. Bi, 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 bi. Der Aufzug funktioniert. Gute Arbeit. Lass uns in die nächste Etage gehen. Ich meine fahren. Denn wir fahren und gehen nicht, meine liebe Puppe. Achso, wir sind schon da. Na sowas aber auch. Nein. Dieser Bastard hat deine Tochter in deine, äh, in eine Marionette verwandelt. Oh nein, Rose. Nein, nicht Rose. Ich bin ja Rose. Wie hieß denn unsere Tochter nochmal? Schau, Rose. Brian hat noch eine weitere Puppe aus der Kiste genommen. Mich. Sicherheitsnadel. Julie. Ach, Julie, genau. Nein, nein, nein. Das Monster verwandelt meine Tochter in eine Marionette. Nein, er hat deine Tochter schon in eine Marionette verwandelt. Welche Geschichten haben sie mit den Puppen hier erzählt? Romeo und Julia? Rotkäppchen? Oder etwas mehr Zeitgenössisches? Quietsch. Eine Maske fehlt. Ach, Moment, wir haben doch die Ice Mask. Okay, dann nicht. Dann nicht. Wer nicht mehr, der hat schon. Hä, wartet mal. Die Maske kommt mir total bekannt vor. Der Reißverschluss ist kaputt. Ich könnte die Tasche mit einer Sicherheitsnadel öffnen. Haben wir. Oh, die Brille. Mhm. Brian, bitte hilf mir. Nachdem wir diese verrückten Puppen in der Kiste, die aus dem Flugzeug gefallen ist, gefunden haben, begangen, seltsame Dinge zu geschehen. Der Clown macht mir wirklich Angst. Manchmal glaube ich, dass er am Leben ist. Dein Bruder Matthew. Mhm. Oh. Nein, ich wollte runterfahren. Piep. Und raus. So. Hier, bitteschön. Danke, Rose. Das ist die Puppe, von der ich dir erzählt habe. Zusammen könnt ihr den Clown besiegen und die Menschen in dieser Stadt retten und das ganze Universum. Ich habe alle gute Energie gesammelt, die ich finden konnte und habe so drei Objekte erschaffen, die den Clown besiegen können. Ich hatte große Angst, dass er die Objekte finden und zerstören könnte. Deswegen habe ich sie an verschiedenen Orten versteckt. Nimm den Umhang, den ich gemacht habe. Den Schild findest du in der Feuerwehrstation. Das Schwert ist in der Nähe des Hauses auf der Insel. Ich hoffe, dass ich dich bald wieder sehe, Rose. Ach so. Ja, danke. Oh, für unseren Clown. Nee, oder? Och, ist das knuffig. Gut, Rose. Ich habe den Mantel, aber wir müssen auch den Schild und das Schwert finden. Oh, ist das putzig. Oh, Mann. Ich verstecke mich hier seit 20 Jahren. Die einzigen, mit denen ich meinen Schmerz teilen konnte, sind die leblose Holzspielzeuge, die mich umgeben. In der Kiste im Flugzeug war eine Puppe, die einst den Clown besiegt hat. Sie ist jetzt zu schwach. Glücklicherweise war ich in der Lage, all die gute Energie, die in dieser Stadt übrig geblieben war, einzusammeln und sie in den Mantel, das Schwert und den Schild zu leiten. Mag. Ach, hier ist die Maske. Hä, die Maske. Warum hast du eine Maske aus? Ihr Schweine. So. Ordnen die Masken so an, dass nie zwei gleiche Masken in einer Reihe oder Spalte sind. What? Okay, hier sind schon mal alles die gleichen. Auch die gleich... So, warte mal. Dich packe ich hier hin. Dich packe ich hier hin und du kommst runter. So, dich packe ich nach oben, du kommst nach unten. Oh. Jihau. Jihau. Getauscht und getauscht. Ähm. Lalalalala. So, genau. Haben wir doch wieder erfolgreich gelöst, das Ganze. Ach, ich bin wieder draußen. Aha. Aha. Was sehe ich denn da? Die Eismaske. Und die Feuermaske. Oh. Die Special Effects, ne? Die sind echt nicht ohne hier. Ja. So. Ja, und damit war es es auch schon mit. Stray. So, zwei gestohlene Erinnerungen. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Und bis dahin. Bye.